Hallo und Willkommen zu Jacks World. Heute zeige ich euch, was total schön ist. Ein Rasenmäher für die Jack City. Es ist der John Deere 7700 Rasenmäher von John Deere. Und jetzt, wie immer, packe ich aus. Ihr mäht nicht nur den Rasen, sondern ihr mulst ihn auch gleich weg. So, da durch. Gar nichts. Und wie immer, was ist das? Stahlband. Stahlband. Ne, das Liegeband. Stahl oder Liegeband, ich sehe nicht ab. So, jetzt raus mit dem schönen Rasenmäher. Ne, geht's noch nicht. Das Modell ist beim Auspacken schon so eng eingestaubt, dass es sieht jetzt richtig echt aus. Doch halt, da muss noch ein Fahrrad drauf. Polarlenkausschlag. Und ganzes Metall ist das Modell. Der Rasenmäher und der John Deere Traktor ist echt super. Das Modell ist das Modell. Mehrperson. Wenn nicht auf, geht'seonäher. Wooehhh! 7mm!